Herr Staatsminister Ausbach, sehr verehrte Vertreter von Sport, Medien und aus den Ministerien, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Wirtschaftsbeirats Bayern und auch des jungen Wirtschaftsbeirats Bayern, heißen Sie herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung zum Thema Doping, Betrug im Sport und wirtschaftlicher Schaden. Ich glaube, wenn man diesen Zusatz wirtschaftlicher Schaden nicht im Titel hätte, dann hätte sich der ein oder andere heute gefragt, warum macht der Wirtschaftsbeirat denn eine Veranstaltung zum Thema Doping? Aber genau aus diesem Grunde, weil wir eben denken, dass Doping mehr ist als nur Körperverletzungen, Raubbau am eigenen Körper, Betrug gegenüber anderen Sportlern, also im sportlichen Sinne, sondern eben auch Betrug im wirtschaftlichen Sinne und den damit verbundenen Schaden haben, ja wahrscheinlich nicht zuletzt wir alle durch unsere Beiträge, die wir leisten an unterschiedlicher Stelle, sei es als zahlender Gast im Stadion, sei es als Nutzer oder Konsument von Produkten, der auch den Werbungen unterliegen und auch natürlich Pay-TV und anderen Einrichtungen am Ende mitzutragen. Und ich bin sehr froh, dass wir die Veranstaltung verschoben haben. Wir hatten die nämlich ursprünglich für etwas zu einem früheren Zeitpunkt geplant und jetzt haben uns die Ereignisse quasi, ja würde ich mal sagen, fast schon in ihrer Aktualität eingeholt. Wir haben jetzt am vergangenen Freitag die Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämpfung von Doping im Sport im Deutschen Bundestag erlebt. Dieses Gesetz wird jetzt noch in den Bundesrat gehen und dann höchstwahrscheinlich Anfang 2016 oder im olympischen Jahr 2016 dann eben in Kraft treten. Wie mir Herr Staatsminister gerade versicherte, dann wird es wahrscheinlich keine allzu dramatischen Änderungen mehr geben. Und zum anderen hatten wir in den letzten Wochen Meldungen, dass die internationale Doping-Szene wiederum ein, ich will nicht mal sagen Fall, sondern um viele, viele Fälle reicher geworden ist. Es wurde nämlich festgestellt, aber auch da halte ich mich sehr zurück, weil ich denke, da einiges noch der Aufarbeitung bedarf, die russischen Leichtathleten wohl eines systematischen und man muss fast sagen staatsmäßig organisierten Dopings verdächtig werden, was sogar dazu führen könnte, dass man diese Sportler von den nächsten Großveranstaltungen sei es, also bei der IHF, also dem Leichtathletikverband und dann auch bei den europäischen Spielen gegebenenfalls ausschließt. Also diese Diskussion, die dürfte eben nicht entgangen sein. Deswegen bin ich froh, dass wir heute, das muss ich so sagen, das sage ich auch aus voller Überzeugung, ein wirklich hochkarätig besetztes Podium dann auch anschließend präsentieren können. Ich erspare mir jetzt die Vorstellung der einzelnen Personen im Detail. Das wird der Dr. Summerer, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, das Podium nachher zu modellieren, vornehmen. Ich möchte nur kurz sagen, wer da auf dem Podium sitzt. Es wird zum einen sein, neben dem Staatsminister, Herr Dr. Lars Mordsiefer von der NADA, der nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschlands. Dann Professor Czerke aus Hannover, der eben auch sich seit zehn und mehr Jahren mit dem Thema Doping und Sportrecht, internationales Sportrecht befasst. Dann Herr Thomas Kistner, der bekannter Journalist der Süddeutschen Zeitung, der auch ein Buch geschrieben hat, aktuell. Jetzt im Thema Doping und Fußball. Und eben Herr Dr. Summerer. Ich wünsche der Veranstaltung jetzt einen guten Verlauf. Ich hoffe, dass wir insgesamt heute auch sehr, wir sind da eine überschaubare Runde, aber die Runden haben es meistens in sich, vor allem auch auf dem Podium, dass wir sehr intensiv und sehr angeregt diskutieren können und dass auch kritische Fragen gerade aus dem Publikum nicht ausbleiben, dass wir heute alle sozusagen mit Gehirndoping wieder nach Hause gehen können, nämlich alle um ein paar Erfahrungen reicher sind. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.